Willkommen im OK-Shop der O. Kessler AG in Siebnen. Heute bekannt als der OK-Shop mit vielen bewährten Warengruppen. Ein vielfältiger und aktueller Angebotsmix erwartet Sie. Durch den neuen Eingang von der Hauptstraße gelangen Sie direkt in die Abteilung Papeterie-Büromaterial. Hier werden die Bedürfnisse der privaten Laufkundschaft ebenso erfüllt wie jene der Geschäftskundschaft. Der Südeingang führt direkt in die erweiterten und hellgestalteten Buch-, Spielwaren- und Geschenkabteilungen. Sie finden auch saisonale Spezialangebote an Ostern, Weihnachten oder zur Fasnacht. Zu einem Dorftreffpunkt hat sich die Lottoannahmestelle des OK-Shop entwickelt. Freundlich und kompetent werden Sie von acht Mitarbeitenden im OK-Shop betreut. Jedes Jahr bilden wir auch Lernende als Detailhandelfachangestellte aus. Wir danken unseren treuen Kundinnen und Kunden und freuen uns auf neue.